Und dann haben Leute, die eigentlich die ganze Zeit total nett zu mir waren, gesagt, sie ist Jüdin, oh Gott. Rap kann sexistisch sein und homophob. Aber judenfeindlich? Jude, das ist so ein gängiges Schimpfwort. Das habe ich schon in der Grundschule gehört. Die Texte sind umstritten. Und Hurensohn, Holocaust heißt dann, übersetzt, die totale Vernichtung aller Hurensohne. Und der neue Vorwurf? Antisemitismus im Deutschrap. Völlig irrelevant, ob er Antisemit ist oder nicht. Es ist mir auch völlig egal, was er denkt, weil es darauf ankommt, was er tut. Und darauf ankommt, was er singt und welche Textzeilen er verbreitet. Und im Netz verbreiten sich die Inhalte ganz schnell. Hier wird folgende Interpretation explizit zugelassen. Und zwar, die Welt muss vom schädlichen und schändlichen Jüdischen gereinigt werden. Erst dann hält Frieden zwischen den Menschen. Natürlich gibt es Antisemitismus im Deutschrap, so wie es den auch im Rest der Gesellschaft gibt. Deutscher Rap boomt bei den Jugendlichen. Über 300 Millionen Abrufe auf dem Streaming-Dienst Spotify. Bis zu 100 Millionen Klicks auf YouTube. Etliche Chartplatzierungen. Jedes Jahr. Deutsche Rapper haben Einfluss. In deutschen Kinderzimmern, auf Schulhöfen. Sexismus und Homophobie. Diese Vorwürfe gegen Rapper gibt es schon lange. Judenfeindliche Texte gab es bisher jedoch selten. Doch jetzt mehren sich die Vorwürfe. Selbst Zeilen von populären Rappern sollen antisemitisch sein. Was ist da dran? Im deutschen Rap gibt es kaum Juden, die offen zu ihrer Religion stehen. Marina Bujonashvili ist eine der wenigen. Sie ist eine der bekanntesten Promoterinnen in der Szene. Hat schon mit vielen berühmten Rappern gearbeitet. Am meisten äußert sich der Antisemitismus im deutschen Rap eigentlich hinter den Kulissen. Zum ersten Mal erzählt sie offen von ihren Erfahrungen mit Antisemitismus innerhalb der Szene. Ich war bei einem Festival und habe Backstage gearbeitet. Und ein junger Mann aus der Rapszene war unterwegs, der dann über den ganzen Raum schrie, du Jude, du Jude. Und ich glaube, viele wissen gar nicht, dass ich auch andere Sprachen verstehe. Und dann habe ich natürlich auch verstanden, dass Leute, die eigentlich die ganze Zeit total nett zu mir waren, zu demjenigen dann in einer anderen Sprache gesagt haben, so, what the fuck? Sie ist Jüdin? Oh Gott. Das wussten wir gar nicht. Und direkt deren Verhalten mir gegenüber sich verändert hat. Und es gab schon Künstler, die nicht mit mir zusammenarbeiten wollten wegen meiner Religion. Keine Ahnung, was deren Angst war, dass ich zu viel Geld möchte. Dass ich es nur wegen dem Geld mache, keine Ahnung. Aber ja, die gab es. Ich bin seit 15 Jahren in diesem Bereich tätig. Ich kenne nicht eine einzige Person, die wirklich Antisemit ist. Behauptet Erfan Buruchi, ehemals Manager von Haftbefehl. Ein Rapper, mit dem die Debatte über Antisemitismus begann. Haftbefehl heißt eigentlich Aykut Anhan, ist beliebt bei den Jugendlichen. Landete schon auf Platz 1 der Charts, hat auf Facebook und YouTube hunderttausende Fans. Seine alte Textzeile, ich ticke Kokain, an die Juden von der Börse fiel auf. Schon 2014. Judenfeindliche Lines im Hip-Hop? Sowas hat es in der Szene noch nicht gegeben. Der Rapper distanzierte sich mehrmals von seiner alten Textzeile und behauptete, Als ich noch als Jugendlicher am Frankfurter Banken- und Bahnhofsviertel Drogen verkaufte, hatten einige meiner Stammkunden jüdische Wurzeln. Ob Haftbefehl ein Antisemit ist, nee, das muss ich komplett verneinen. Ich kenne ihn persönlich sehr, sehr gut. Und wegen Lines, wie ich ticke Kokain an die Juden von der Börse, das ist die Realität, die wiedergegeben wird. Der damalige Haftbefehl-Manager hat die Debatte über die Textzeile miterlebt. Er kann die Aufregung nicht verstehen. Die Künstler haben die Aufgabe, als Straßenreporter zu agieren. Dementsprechend geben sie an sich nur deren Realität wieder. Und natürlich gibt es Übertreibungen, das ist ganz normal. Haftbefehl selbst wollte sich uns gegenüber nicht zu den Vorwürfen äußern. An der Technischen Universität Berlin leitet Professorin Monika Schwarz-Friesell den Fachbereich Linguistik. Die Expertin für Antisemitismus findet Textzeilen über die Juden von der Börse problematisch, weil durch sie ein sogenannter struktureller Antisemitismus verbreitet werde. Unter strukturellem Antisemitismus versteht man eine Form von Judenfeindschaft, die vor allem als Kapitalismuskritik herüberkommt. Und Juden wird eben unterstellt, schon seit Jahrhunderten, im 19. Jahrhundert wurde das dann nochmal reaktiviert, dass sie vor allem für das raffende Kapital stehen. Also es sind gierige Geldmenschen. Finanzjudentum, Juden als Geldmenschen, der jüdische Zinssatz, das sind so Schlagwörter, die dann kommen. 2014 erklärte der Offenbacher Haftbefehl in einem Interview mit der Welt, ich will Ihnen verraten, wie ein 16-jähriger Offenbacher tickt. Für den ist alles, was mächtig ist und reich, aus seiner beschränkten Sicht jüdisch. Inzwischen habe er sich aber von diesen Vorurteilen freigemacht. Wie ticken Jugendliche aus Offenbach? Zum Beispiel die Heroes, eine Projektgruppe des Deutschen Roten Kreuzes. Die Jungs sind zwischen 16 und 21 und hören gerne deutschen Rap. Wie kommen die Songs bei den Jungs an? Man macht es, um zu provozieren, man macht es, um Ansagen zu machen, um zynisch zu wirken und alles Mögliche. Das gehört halt einfach dazu. Und in der Jugend sagt man ja auch so Sachen wie, Alter, bist du behindert? Ist das jetzt korrekt gegenüber den behinderten Menschen? Oder wenn man sagt, Alter, du Jude. Es ist nicht richtig, aber in dem Moment ist es auch nicht böse gemeint. Es gehört einfach dazu, genauso wie es zur Musik halt auch dazugehört. Jude, das ist so ein gängiges Schimpfwort. Das habe ich schon in der Grundschule gehört. Das heißt sowas wie, ja, keine Ahnung, wenn man geizig ist, dann wird man halt als Jude bezeichnet. Aber mein Gott. Marina Busunashvili arbeitet seit langem mit Haftbefehl zusammen. Findet sie seine Textzeile problematisch? Also über die Textzeile von Rappern kann ich eigentlich nicht viel sagen, weil ich finde, wenn jemand rappt, ich habe Drogen an die Juden getickt oder so und es waren Juden, dann ist das einfach nur ein Fakt. Dann ist das für mich auch kein Antisemitismus und dann finde ich es auch sehr schwierig, dass Leute das da raushören wollen. Und ich weiß nicht, wie oft er eigentlich noch in Interviews hätte sagen müssen, so, dass er das gerappt hat, weil es einfach ein Fakt war. So, hätte er Haribos an die Pinguine verkauft, hätte er darüber gerappt. Und die Jugendlichen? Wie finden sie Haftbefehlsleien? Bei den Rap-Liedern handelt es sich ja meistens um Klischees, wie in diesem Fall mit den Juden und der Börse und den Banken und so weiter. Genauso gibt es auch in den Rap-Liedern wie zum Beispiel der türkische Dönerverkäufer oder sowas in der Art. Das sind einfach Klischees, die einfach in den Rap-Liedern auch erfrischt werden. Ich finde, das ist sogar ein Kompliment. Judenbörse, das bedeutet ja viel Geld. Ich würde es als Kompliment finden. PA Sports ist ein deutscher Rapper aus Essen. Paham Bakili, wie er wirklich heißt, kommt aus einer iranischen Akademiker-Familie. Seine Ursprünge hat PA Sports im Battle-Rap. Eine Art Wettbewerb unter Rappern, um die beleidigendste Zeile. Seit gut vier Jahren betreibt er sein eigenes Label. Du kannst mir keine Textzeile nennen von irgendeinem Rapper, der ganz provokant und ignorant einen Satz gegen Juden gerappt hat. Solange du mir diese Textzeile nicht hervorbringen kannst, ist es einfach nur ein Vorurteil. Deutscher Rap ist voll mit Kanacken und deswegen ist deutscher Rap antisemitisch. Es gibt keinen Antisemitismus im Rap. Gibt es nicht. Für mich Antisemitismus bedeutet, gegen Juden feindlich zu sein, gegen die Religion zu sein, die Religion zu hassen, diesen Menschen den Tod zu wünschen oder Gott weiß was. Und das macht keiner, tut keiner, existiert nicht. Jakob Bayer forscht in Berlin zum Thema Judenbild im Deutschrap. Dabei beschäftigte er sich auch intensiv mit dem Gesamtwerk des Rappers Kollegah. Der Düsseldorfer Rapper heißt eigentlich Felix Blume und ist enorm beliebt bei den Jugendlichen. Auf YouTube werden seine Videos millionenfach geklickt. Bayer sagt, das 13-minütige Video Apokalypse von Kollegah sollte man sich genauer anschauen. Das Musikvideo Apokalypse erklärt die Geschichte der Menschheit als stetigen Kampf des Bösen gegen das Gute. Und dieser sich immer wiederholende Geschichtsverlauf wird dann durchbrochen durch Kollegah, der als Ritter des Guten gegen das Böse zu Felde zieht. Das Böse, letztlich der Teufel, hat einen Stellvertreter auf Erden. Und dieser Stellvertreter hat drei Aufgaben. Er soll die Bevölkerungszahl dezimieren, er soll die Menschheit mit aller Härte kontrollieren und den Weg ebnen, sodass das Böse auf die Erde kommen kann. Und in einer sehr kurzen Sequenz ist dieser Stellvertreter der Diener des Teufels zu sehen und an seiner Hand trägt er einen Ring mit einem Davidstern. Hier wird der Stellvertreter des Bösen, der Diener des Teufels, als jüdisch markiert. Der Davidsternring ist hier das einzige bildliche Detail. Das heißt, es ist dort auch nicht zufällig. Und in Kombination mit dem, was Kollegah dazu rappt und was eben oben links auch im Text steht, ist es eine eindeutig antisemitische Darstellung. Und diese eindeutig antisemitisch konnotierte Symbolik wird eingeebnet in verschiedene antisemitische Deutungsangebote, die sich im Video zeigen. Beispielsweise findet die finale Schlacht in Ost-Jerusalem statt. Dort kämpft Kollegah mit seiner Armee des Guten gegen die, wie er es nennt, Übermacht auf dem Tempelberg. Und der Tempelberg birgt hier in zweifacher Hinsicht eine besondere Symbolik. Zum einen durch seinen umstrittenen Status im Nord-Ost-Konflikt, zum anderen, weil es ein heiliger Ort ist für Juden und Muslime. Und diese Übermacht auf dem Tempelberg kann erst besiegt werden, wenn deren Anführer besiegt wird. Und der sitzt in einem Bankenturm in der City of London. Die böse Macht, die Ost-Jerusalem beherrscht, die den Juden damit beauftragt, die Menschheit zu knechten, die organisiert ihre Herrschaft von einem zentralen Ort des internationalen Finanzhandels. Und damit werden antisemitische Codes und Mythen bedient. Ein schwerer Vorwurf des Wissenschaftlers. Auf unsere Nachfrage erklärt Kollegah in einer Instagram-Story nur einen Punkt des Videos. Die Symbolik des Rings. Kurz aufgemerkt, das Pentagramm und das Hexagramm sind magische Symbole, die weit über die Anfänge des Judentums zurückdatieren. Deswegen muss ich dir die Frage stellen, in welchem Gebiet ist euer Experte denn Experte? Aber Historiker ist er offensichtlich nicht. Jakob Bayer ist anerkannter Politikwissenschaftler und promoviert zum Thema Judenbild im Deutschrap. Auch die Antisemitismus-Expertin Monika Schwarz-Friesell stimmt Bayer zu. Das Hexagramm ist weltweit und hinlänglich bekannt als Davidstern. Das ist ja die dominante Bezeichnung heute. Und es ist kein Zufall, dass gerade dieses Symbol in antisemitischen Texten, in Hasspropaganda, in Verschwörungsfantasien ganz besonders häufig auftaucht. Und man kann davon ausgehen, dass das heute auch jeder so versteht. So versteht es die Wissenschaftlerin. Die Rapper finden ihre Inhalte nach wie vor nicht antisemitisch. Allen voran Kollegah. Natürlich gibt es Antisemitismus im Deutschrap, so wie es den auch im Rest der Gesellschaft gibt. Das wäre ein bisschen vermessen zu sagen, dass es das einfach da nicht geben würde. Marc-Leopold Seder hat über 15 Jahre in einschlägigen Rap-Medien über Hip-Hop berichtet und war Chefredakteur vom Splashmag, einem bekannten Rap-Magazin. Was diese Definition angeht, so was ist Antisemitismus, da herrscht im deutschen Rap, also in dieser Szene und unter diesen Protagonisten herrscht da, glaube ich, überhaupt gar keine Einigkeit darüber. Deswegen reagieren ja auch viele sehr empört, wenn du ihnen so etwas vorwirfst, weil sie halt so denken, ich habe doch nichts gegen Juden, so hier, ich kenne sogar einen, keine Ahnung, meine Promoterin ist Jüdin, so was willst du von mir, so ich chill doch mit denen. Dass das aber halt einfach nicht ausschließt, dass du trotzdem irgendwie antisemitische Narrative halt bedienst, so, da ist das Problem. Antisemitische Haltung in der Szene? PS Bortz kann den Vorwurf nicht verstehen. Also, dass Juden geschäftlich sehr stark sind, überall auf der Welt, das ist, glaube ich, etwas, was allgemein bekannt ist, aber es wird nicht mehr, also der Neid spielt keine Rolle mehr. Ja? Aber jetzt stelle ich umgekehrt eine Frage. Jetzt stelle ich mal vor, das würde auf einmal bei Muslimen passieren, dass wir so die ganze Weltwirtschaft übernehmen würden und überall die Reichesten sind, in allem. Da kann ich mir vorstellen, dass der Neid, der damals eine große Rolle gespielt hat, auf jeden Fall auch wieder ganz schnell eine Rolle spielen wird. Wenn wir auf einmal die Bosse in der Weltwirtschaft werden, dann würden sie so das Kotzen kriegen. Wenn jetzt das vorherrschende Bild da ist, dass Juden Banker sind, ist das Antisemitismus auch kein Antisemitismus, dann denkt man halt, dass Juden Banken Juden Banker sind, so wie fast alle denken, dass Iraner Ärzte sind. Das ist ja so. Es ist doch so. Was ist der Unterschied? Alle denken, Iraner, bist du Iraner, studierst du Medizin. Bist du Jude, bist du Banker? Ja, und jetzt? Warum das gefährlich ist? Naja, wenn du jemanden irgendwie als überprivilegiert darstellst, dann provozierst du ja quasi, dass Leute diese Ungerechtigkeit ändern wollen und diese Leute angreifen sollen. Jedes Mal, wenn du sagst, irgendwie, die Juden kontrollieren die Banken oder die Juden sind per se reich, gibst du irgendjemanden, der nicht die Kohle und nicht den Einfluss hat, eine Legitimation dafür, einem auf die Schnauze zu hauen. Ich habe oft so ein bisschen das Problem damit, dass die Leute gar nicht so richtig wissen, glaube ich, was Antisemitismus ist und sich das vorstellen wie so eine Art anti-jüdischen Rassismus oder so. Die Antilopen-Gang ist eine Rap-Crew aus Aachen und Düsseldorf. Sie engagieren sich mit ihren Songs auch gegen Nazis, Rechtspopulisten und Antisemiten. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass jetzt richtige Nazi-Rapper, so rechtsradikale Rapper, niemals wirklich Fuß fassen können in diesem wie auch immer differenzierten Deutschrap-Kosmos. Also der gewöhnliche Deutschrap-Hörer oder Deutschrapper ist natürlich gegen Nazis. Das schließt halt gar nicht aus, dass er vielleicht gleichzeitig ein Antisemit ist. Du wirst wahrscheinlich in der deutschen Rapszene wenig so einen klassischen rechtsradikalen Antisemitismus finden, so wie das die Nazis gemacht haben. Also du wirst niemals oder fast nie einen Rapper finden, der irgendwie sagt, er hat was gegen Juden oder so. Die haben immer nur was gegen die israelische Regierung oder gegen Zionisten oder dagegen, dass Banken zu viel Macht haben oder so. Das sind so die zeitgemäßen Formen vom Antisemitismus heutzutage. Zeitgemäßer Antisemitismus, was ist das? Der Rapper-Kollega steckte vergangenes Jahr viel Kritik wegen einer Textzeile ein. Jüdische Organisationen wie der Zentralrat der Juden wollten deswegen ein Konzert von ihm auf dem Hessentag verhindern und kritisierten ihn öffentlich. Diese Line sorgte für Aufruhr. Ich leide Geld, doch nie ohne einen jüdischen Zinssatz mit Zündsatz. Kollegah verteidigte sich auf Facebook. Die Textzeile sei nicht von ihm, sondern von einem anderen Rapper. Er habe sie nur auf seinem Album veröffentlicht. Die jüdische Organisation würde die Kunstform des Battle-Raps nicht verstehen. Es sei eine Ignoranz gegenüber der größten Jugendkultur unserer Zeit. Es muss Grenzen geben, bei denen ich sage, okay, es gibt einen bestimmten Bereich, der mag noch Kunst sein. Es gibt einen bestimmten Bereich der Überspitzung, des Tabubruchs. Aber ich muss eben mal schauen, dass es nicht so weit grenzüberschreitend wird, dass ich Minderheiten ins Visier nehme und damit meine gesamte Anhängerschaft gegen die aufstachele. Wenn das der Fall ist, dann bin ich der Meinung, dass wir auch unsere Stimme erheben sollten, um sowas zu verhindern. Daniel Neumann ist der Direktor des Landesverbands der jüdischen Gemeinden in Hessen. Nach dem offenen Brief suchte Kollegah das direkte Gespräch mit ihm. An dem Tag, an dem die Pressemitteilung herausgegeben worden ist von unserer Seite und klar war, dass die Stadt Rüsselheim dazu neigt, den Auftritt von Kollegah abzusagen, rief Kollegah mich an und hat in dem Telefonat versucht darzustellen, dass die Vorwürfe nicht stichhaltig seien, die wir da erhoben hätten. Speziell, dass er kein Antisemit sei. Das war eben das Allerwichtigste. Also das homophobische, sexistische, das war jetzt weniger problematisch. Aber der Antisemitismusvorwurf lastete schwer auf ihn und den wollte er loswerden. Während ich ihm damals versucht habe, klarzumachen, dass es völlig irrelevant ist, ob er Antisemit ist oder nicht, dass es mir auch völlig egal ist, was er denkt, weil es darauf ankommt, was er tut und darauf ankommt, was er singt und welche Textzeilen er verbreitet. Und wenn die antisemitische Stereotype verbreiten und wenn die antisemitische Inhalte haben und judenfeindliche Inhalte, dann ist es mir völlig egal, was Kollegah als Person in seinem Kopf mit sich herumträgt. Kollegahs Auftritt beim Hessentag wurde am Ende abgesagt. Seine Fans waren enttäuscht. Verstehen die Offenbacher Jugendlichen die Aufregung um solche Textzeilen? Ich kenne jetzt niemanden, der sich das zu Herzen nimmt oder so. Ich habe auch jüdische Freunde, die hören sich das auch an. Also von daher, die nehmen das nicht so ernst. Ich nehme das auch nicht ernst. Wenn jemand irgendwie über Islam oder über, keine Ahnung, über eine Religion hin, was Beleidigendes sagen würde, würde ich das nicht ernst nehmen. Also, es ist doch eine Musik, es ist Kunst. Also von daher. Die Entstehung von solchen Lines hat mit dem Alltag zu tun. Zum Beispiel hatte ein Junge gerade einen Streit auf der Straße gehabt, kommt nach Hause und verpackt das in sein Rap. Und es ist besser, dass er sich das in sein Rap verpackt, anstatt dass er dann irgendwie die Person nochmal aufsucht und mit dieser Person nochmal irgendwie einen Faustkampf initiieren möchte. Das ist ja völliger Quatsch. Deshalb ist es doch schön, dass wir so eine Kunstform haben. Und da geht es um Meinungsfreiheit, da geht es um Toleranz. Dann geht es darum, dass man das Ding auch so nimmt, wie der Junge das gerappt hat. Und nicht, wie könnte er es meinen und der Konsument darf nicht oder der Hörer darf nicht für sich selber eine Verschwörungstheorie draus basteln. Ich hatte zum Beispiel mal eine Zeile, die habe ich weggemacht. Die gibt es nicht, die kann ich jetzt aber mal zitieren. Dann sage ich irgendwie Blaulicht, Rauschgift. Ich schreibe die ganze Zeit darauf, also viele Zeilen hinweg. Und dann sage ich irgendwann, den Rappern bleibt die Luft weg. Ausschwitz. Und da habe ich das Ausschwitz unkenntlich gemacht. Weil viele Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, Dicker, das kannst du nicht sagen. Und ich sage, warum kann ich das nicht sagen. Ich mache mich doch nicht lustig darüber, was passiert. Ein Rapper bleibt die Luft weg, das ist ein Vergleich. Und es ist bekannt, dass dort Menschen vergast wurden. Wenn ein Mensch vergast wird, bleibt ihnen die Luft weg. Diese übertriebenen und verspitzten Vergleiche, die auch manchmal moralisch ein bisschen unter die Gürtellinie gehen, sind halt Handwerk im deutschen Rap. Es ist Stilmittel im deutschen Rap. Ich könnte jetzt nicht sagen, Kunstfreiheit legitimiert alles. Aber auch nicht, du darfst nichts machen. Es kommt wirklich darauf an. Aber wenn ich das Gefühl habe, jemand fährt halt eine antisemitische Agenda und will irgendwie auch eine ernste politische Aussage in seinen Augen tätigen und die ist halt antisemitisch, dann ist das nicht einfach nur Kunstfreiheit. Ich glaube, in der Hip-Hop-Welt kenne ich genau zwei weitere Juden. Ben Salomo, auch der Macher von Rap am Mittwoch. Und Spongeboss. San Diego ist ukrainischer Jude. Er ist als Rapper im Spongebob-Kostüm unter dem Namen Spongeboss bekannt geworden. Letztes Jahr veröffentlichte er den Track Yellow Bar Mitzvah, in dem er zum ersten Mal seine Religion preisgab. Ein Interview konnte er uns nicht geben. Dieses Jahr veröffentlichte er ein Buch. Darin schreibt er über seine jüdische Identität. Einen antisemitischen Shitstorm hätte es deswegen noch nicht gegeben, teilte er öffentlich mit. Er ist schon ein Phänomen, würde ich sagen. Also abgesehen von all dem, was er so macht, seine verschiedenen Persönlichkeiten und so, ist er super erfolgreich. Und wenn es danach gehen würde, dass man sagt, im Deutschrap können keine jüdischen Rapper erfolgreich sein, dann ist er ein gutes Beispiel dafür, dass es gelogen ist. Er verkauft super viele Platten, hat eine riesen Fanbase, hat auch ein Video gedreht, in dem er offen mit dem Thema umgegangen ist, was ich super fand. Ich glaube, da geht die Rechnung nicht auf, zu sagen, als Jude kann man nicht erfolgreich, angstfrei in Deutschland rappen. Auch Spongeboss kommt aus dem Battle-Rap. Er provoziert mit seinen Lines andere Rappern. Der Streit zwischen ihm und PA Sports ist in der Szene bekannt. Ich habe zum Beispiel ein Battle dieses Jahr gehabt, mit einem Rapper, der Jude ist. Er heißt Santiago, als Rapper in der deutschen Szene hauptsächlich als Spongeboss bekannt. Und mit ihm habe ich mich auch ziemlich hart gedisst. Und der Titel des Songs hätte darauf schließen können, dass das antisemitische Dinge beinhaltet, aber Holocaust bedeutet in allererster Linie die totale Vernichtung. Natürlich wird der Holocaust in Deutschland assoziiert mit der totalen Vernichtung von 6 Millionen Juden oder mehr. Aber die ursprüngliche Bedeutung des Wortes, also das Wort hat auch eine Bedeutung, abgesehen von dem, was in Deutschland passiert ist. Und Hurensohn, Holocaust heißt dann, übersetzt die totale Vernichtung aller Hurensohne. Aber hatte auch nichts mit Juden zu tun oder Antisemitismus. Und auch Santiago aka Spongeboss wurde in dem Song nicht damit gedisst, dass er Semit, Jude oder russischer Jude oder sonst was ist. Der Battle zwischen den beiden geht weiter. Und auch die Debatte um Antisemitismus hört nicht auf. Haftbefehl veröffentlichte 2015 ein neues Mixtape, auf dem er die sogenannte Rothschild-Theorie nennt. Worum geht's da? Die Rothschilds sind eine alte jüdisch-deutsche Familie, bekannt als Banker. Über sie gibt es aber auch einige Verschwörungsfantasien. Z.B. die Rothschilds kontrollierten die Banken und somit die gesamte Welt im Geheimen. Sei für das Übel in der Welt verantwortlich. Auf Haftbefehls letzte Mixtape unzensiert erwähnte die Rothschild-Theorie auf mehreren Tracks. Der Leiter der Heroes in Offenbach, Savacin, findet Haftbefehlszeilen problematisch. Für ihn befeuern sie Verschwörungstheorien. Wenn man nach Rothschild-Theorie googelt, findet man nichts. Also diesen Begriff Rothschild-Theorie hat er, glaube ich, geprägt in seinem Mixtape unzensiert. Und ich finde, diese Rothschild-Theorie oder dieser Begriff versucht eben diese ganzen Weltverschwörungstheorien eben zu erklären. Also guck mal, die Rothschild-Theorie, wie Haft das darstellt, hat nichts damit zu tun, was dieses Wort bedeutet oder für was es angeblich laut Wikipedia-Eintrag steht. Sondern es ist eigentlich nur ein Wortspiel. Er sagt damit, ich bin der Größte hier in Frankfurt. Mehr ist es nicht. Es ist auf jeden Fall problematisch. Das verstärkt noch mal diesen Antisemitismus, der in der Jugendszene vorhanden ist, auf jeden Fall. Haftbefehl hat die Rothschild-Theorie zwar nicht erfunden. Der populäre Offenbacher-Rapper verbreitet den Begriff aber mit seinen Songs. Die Jugendlichen kannten den Begriff schon vorher. Ich höre das halt sehr oft in meinem Umfeld, dass Juden angeblich die Weltherrschaft regieren. Und da gibt es die Rothschild-Theorie zum Beispiel mit der Rothschild-Familie, dass halt denen die Welt gehört und so weiter. Also ich denke, da gibt es andere nicht-jüdische Familien, die deutlich mächtiger sind als zum Beispiel jetzt die Rothschild-Familien. Die Kids schauen sich abends im Internet auf bekifft irgendwelche Verschwörungs-Dokumentarfilme an und basteln sich irgendwas zusammen. Die dümmste, aber gleichzeitig nachvollziehbarste Sozialkritik überhaupt so, mir geht es nicht gut. Finanziell, sozial, keine Ahnung. Da muss jemand dran schuld sein. Dann suche ich mir jemanden, bei dem es offensichtlich richtig gut läuft und der ist dann schuld. Und dass das natürlich ein total falsches Bild ist, weil im Endeffekt kommt dann dabei raus, man muss nur diese Leute zur Rechenschaft ziehen, dann wird es uns allen besser gehen. Das ist ja Quatsch. Also so simpel ist die Welt nun mal nicht. Welche Weltbilder werden in Rapsongs vermittelt? Jakob Bayer findet Kollegas Video Apokalypse problematisch. In dem Video bekämpft der Rapper die bösen Mächte in Jerusalem und im Bankenwesen. Wie endet die Geschichte? Nachdem der Banker, der Teufel im Anzug, beseitigt wird, ist auch die Schlacht in Ost-Jerusalem gewonnen und es herrscht Frieden zwischen, Zitat, Buddhisten, Muslimen und Christen. Am Ende des Videos wird das Judentum nicht mehr als Teil einer in Frieden lebenden Gemeinschaft benannt. Das heißt, hier wird folgende heilsgeschichtliche Interpretation explizit zugelassen. Und zwar, die Welt muss vom schädlichen und schändlichen Jüdischen gereinigt werden. Erst dann herrscht Frieden zwischen den Menschen. Kollegah wollte uns dazu auch keine Stellungnahme geben. In einem Video von dem BR-Kollegen PULS erklärt er sich so. In Songs wie Armageddon oder Apokalypse, natürlich werden da gewisse Verschwörungstheorien zu einer stimmigen Gesamt-Science-Fiction-Story gewoben. Ich mache aber keine Aussagen darüber, ob das jetzt die Wahrheit ist oder nicht. Auch dieses Video Apokalypse ist da wieder einer der Punkte, an dem Kollegah dann sagt, na, das ist ja nur eine Geschichte. Das ist ja nur ein Bild. Und das seien überhaupt keine Symboliken, die er tatsächlich so ernst gemeint hat und die irgendwelche Hintergedanken hätten. Das ist natürlich Unfug. Weil das ist ein homogenes Bild, was er da zeichnet. Die Juden als Weltherrscher, die Juden als Böse, die Juden als Dämonen, die nach der Weltherrschaft greifen. Und er als Weltenretter, der dagegen das Wort ergreift und der versucht, das Böse zurückzudrängen, um die Welt aus dieser Umklammerung der Juden zu befreien. Wie verstehen Jugendliche das Video? Wir sind am Georg-Büchner-Gymnasium in Berlin. Eine 10. Klasse analysiert das Apokalypse-Video von Kollegah. Die meisten von ihnen sind große Rap-Fans. Hören wir mal rein und schauen uns das Video auch an. Apokalypse. Apokalypse. Die Bücherverbrennungen da am Ende, die sehr positiv dargestellt wurden. Das heißt, es war sozusagen der letzte Schritt, um eine perfekte Welt wieder aufzubauen. Und das ist ja eine ganz klare Anspielung auf die Bücherverbrennungen, würde ich sagen. Und das ist ja nicht nur antisemitisch, sondern spielt auch total den Rechtsextremismus irgendwie in die Hände. Das kommt ja nicht in jedem Lied vor. Wir haben jetzt nur ein paar Beispiele gehört, wo es wirklich angesprochen wurde. Vor allem bei dem letzten Beispiel von Kollegah auch, wo es ja wirklich nur um diesen Antisemitismus ging. Aber es gibt einfach so eine Reichweite von deutschem Hip-Hop und so viel verschiedene Musik, dass mich jetzt persönlich nicht so getroffen hat. Meine Perspektive auf Deutschrap hat sich nicht so groß geändert, weil halt die Musik, die ich höre, keine antisemitischen Inhalte hat und ich halt auch meistens also ja eigentlich nur das höre, was ich auch so vertrete. Aber mir war das gar nicht bewusst, dass es so total antisemitische Texte gibt und das sehe ich jetzt auf jeden Fall kriegischer. Apokalypse hat mich sehr erschreckt. Ich hätte es nicht gedacht, dass man da so rankommt, dass das nicht gesperrt ist. Das hat mich sehr erschreckt, denn es sind ja ganz eindeutig antisemitische Haltungen und Bilder, die hier eine Rolle spielen, oft vermischt und versteckt dann durch die Israelkritik und da wird das eben verschoben und es wird nicht ganz deutlich gesagt, also man könnte es wahrscheinlich nicht besonders eindeutig zuordnen, das ist antisemitisch und das ist ja ganz bewusst so gemacht und das finde ich ja perfide. Wie kommen solche Songs in Deutschlands Kinderzimmer? Jugendradios spielen umstrittene Rap-Songs nur selten und auf Streaming-Diensten läuft jegliche Musik, solange sie nicht von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien als gefährlich eingestuft wird. Auch die Musikindustrie hat wenig entgegenzusetzen. In Zeiten des Internets können Rapper es einfach selbst veröffentlichen. Die meisten Rapper sind ihre eigenen Chefs, haben ihre eigenen Labels, haben sich ihre eigenen Reichweiten im Internet aufgebaut, haben keine Industrie über sich sitzen, die sagt, ey, wenn du jetzt das sagst, werden wir dich nicht mehr pushen. Das ist scheißegal. So und deswegen reden Rapper. Dadurch, dass halt Rap mittlerweile so ist, dass es kein mediales Korrektiv mehr gibt, also die Leute sind ihre eigenen Plattformen, es gibt keine Magazine mehr, in denen dann drin steht, so hey, das, was du da gesagt hast, das ist totaler Quatsch, so ne. Deswegen, ich glaube, die Haltung, die ein Rapper heutzutage hat, ein erfolgreicher Rapper ist, ich habe recht, sieht man doch, wie viele Leute mir folgen. So ist auch Kollegas Reichweite enorm. Er hält den deutschen Rekord auf Spotify. Knapp 30 Millionen Album-Streams in einer Woche. Auf Facebook fast zwei Millionen Follower. Auf YouTube eine Million. Seine Videos bekommen zum Teil auch 14 Millionen Klicks. In seinem Kanal sind auch manche Filme umstritten. In der Debatte über den Antisemitismus in Kollegas Texten, Musikvideos und so weiter, hat aus meiner Sicht vor allem eine Debatte über seinen Film Kollegah in Palästina überwogen. Kollegah in Palästina. Den der Rapper 2016 drehte Unveröffentlichte, wurde stark kritisiert. Zeigen dürfen wir ihn hier nicht. Der Vorwurf vieler Kritiker, Kollegah habe zu einseitig über den Nahostkonflikt berichtet. Pro-Palästinenser. Kollegah ist nicht der einzige Rapper, der im Nahostkonflikt auf der palästinensischen Seite steht. Ich würde mal behaupten, dass es relativ gängig ist, so Free Palestine oder so zu rufen. Also es gibt auf jeden Fall so einen pro-palästinensischen Mainstream. Der ist mal mehr, mal weniger vorhanden. Hier geht es um eine ganz andere Geschichte. Hier geht es nicht um Antisemitismus im Welt. Hier geht es darum, dass das Bild nach außen geraten ist, dass gewisse Menschen mit Migrationshintergrund, darunter auch viele, die in der Hip-Hop-Szene aktiv sind oder die es in der Hip-Hop-Szene gibt, aber die es eigentlich überall einfach gibt, nicht nur in der Hip-Hop-Szene, ein Problem mit dem Staat Israel haben. So, und dazu steht eigentlich fast jeder öffentlich auf seiner Facebook-Seite und postet was dazu und macht Facebook-Beiträge dazu. Nur sobald dann Fernsehsender kommen und darüber öffentlich reden wollen, hat gar keine Lust mehr dazu, sich in ein Interview zu setzen und seine Meinung noch zu vertreten, weil wenn du in Deutschland deine Meinung zu dem Thema vertrittst, wirst du oft tot gemacht. Ich glaube halt einfach, dass es was damit zu tun hat, dass in Palästina sehr viele Muslime sterben und sehr viele Rapper in Deutschland haben halt einen muslimischen Hintergrund und fühlen da halt mit und sehen da halt Unrecht passieren und deswegen sprechen die sich für Palästina aus. Bushido hat zum Beispiel bei Twitter schon seit Jahren diese Landkarte mit Palästina drauf als Profilwild und solche Geschichten. Aber für mich ist all das noch lange kein Antisemitismus. Einfach nur Kritik an Israel oder gleich Antisemitismus? Monika Schwarz-Wiesel erklärt, wann Kritik an Israel zu Antisemitismus wird. Israel-bezogener Antisemitismus hat mit Realität nichts zu tun und ist auch nicht problemorientiert, sondern dieser Antisemitismus möchte einfach Israel von der Landkarte tilgen. Und das Hauptkriterium ist, und das kann eigentlich jeder sehr schnell erkennen, wenn ein judenfeindliches Stereotyp auf Israel projiziert wird, dann ist es klar und unmissverständlich verbal Antisemitismus und keine Kritik. Meine Güte, alle sagen immer, ja, sie würden ja nur die israelische Politik kritisieren wollen. Das wird man ja wohl noch machen dürfen, ohne Antisemit zu sein. Ja, dann mach halt. Jeder kritisiert den ganzen Tag Israel so. Die Tageszeitungen sind voll damit. Das ist kein krasser Tabubuch, das ist nichts Besonderes. Wir haben ja zehn Jahre lang untersucht, wie Israel im deutschen, aber auch im europäischen Diskurs, vor allem aber im deutschen Diskurs, dargestellt wird. Wir haben gesehen, über zehn Jahre hinweg, dass wir ein ganz, ganz starkes anti-israelisches Narrativ haben, also eine Erzählform, die fast ausschließlich negative Bewertungen in Bezug auf Israel berichtet. Es ist ein richtiges Hass- und Zerrbild eigentlich entstanden. Dieses Hass- und Zerrbild wurde zuletzt im Dezember 2017 diskutiert. Auslöser waren antisemitische Proteste in Berlin. Israel-Flaggen und David-Sterne wurden verbrannt, nachdem die USA Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkannten. Manch ein Politiker sprach von einem importierten Antisemitismus aus muslimischen Ländern. Ich glaube schon, dass so Pegida-Dudes halt einfach davon ausgehen, Antisemitismus sei ein aus muslimischen Ländern importiertes Problem. Und das stimmt halt so nicht. Also den Antisemitismus gab es auch vor irgendeiner Zuwanderung. Die Formen verändern sich vielleicht. Aber der Antisemitismus war auch vorher da. Ich denke, auf uns Jugendlichen mit Migrationshintergrund lastet generell eine sehr, sehr große Verantwortung. Weil aus diesen Ländern, aus denen wir kommen, sind meistens aus Kriegsländern. Und ich denke, wir tragen einfach als neue Generation die Verantwortung, um Aufklärung zu schaffen. Und ich denke einfach, wenn wir als neue Generation uns einfach zusammentun und einfach gemeinsam alles mitwirken, wird alles besser. Und wenn wir uns auch freundschaftlich untereinander lustig machen, finde ich das auch völlig okay. So ein bisschen Beleidigung muss schon sein, weil über was soll man denn sonst lachen? Haben Rapper eine Verantwortung gegenüber Jugendlichen? Rapper haben eine gewisse Verantwortung, das ist ganz klar. Aber auch mit der Zeit. Du kannst nicht einen 18-jährigen Rapper nehmen und sagen, ey, der steht jetzt für die ganze Rapplandschaft und der steht für die komplette Jugend und hat einen Satz von sich gegeben, was irgendwie politisch inkorrekt war. Und den Jungen darf man dann nicht an Prang erhalten und sagen, ey, der ist so und so und der hat diese Haltung und diese politische Haltung und diese ethnische Haltung. Das ist völliger Quatsch. Das sollte man nicht machen, sondern eher versuchen, wie gesagt, auch jetzt einen Dialog zu finden. Also ich finde auch nicht, dass Rapper jetzt irgendwie die Aufgabe hätten, pädagogisch auf die Jugend einzuwirken oder so ein Quatsch. Also ich finde das dann eher interessant in anderen Zusammenhängen. Also Panikpanzer hatte eine antisemitische Lehrerin in der Schule und da an solchen Schlüsselpositionen, wo Leute Fachkräfte sind, und so, da würde ich mir schon wünschen, dass die vorher ein Studium Generale machen und sich einfach mal sensibilisieren auf so Themen. Dennoch, der Einfluss von deutschen Rappern auf Jugendliche ist enorm. Dass manche Inhalte antisemitisch verstanden werden könnten, weisen viele Künstler aber immer noch zurück. Es stimmt ja nicht, dass es keinen Antisemitismus gibt in Deutschrapping. Gibt es ja. Und ich glaube, da würdest du Türen öffnen. Und ich glaube, weit dahin, dass du es auf einer ganz anderen Basis führen musst und nicht auf Basis der Texte der Künstler. Und ich glaube, das ist bis heute der große Fehler. Für die jüdische Promoterin ist klar, man sollte nicht einzelne Textzeilen von Rappern auseinandernehmen, um Antisemitismus zu erkennen. Man sollte sich die Botschaft eines Künstlers anschauen. Das große Ganze. Szenekenner und Antisemitismus-Experten kritisieren nach wie vor, dass Rapper antisemitische Botschaften in ihren Songs haben. Das werde oft nicht erkannt. Und darum auch nicht darüber gesprochen. Wenn du Rassismus einfach nur da siehst, wo Rechtsradikale auf der Straße Leute jagen. Das ist ja auch nicht die Definition von Rassismus. Aber da versteht es ja jeder so. Weißt du, dass es zum Beispiel diverse Benachteiligungen gibt, dass es da Vorurteile gibt. Bei Rassismus wird das in diesem ganzen Deutschrap-Ding halt schon im Großen und Ganzen verstanden. Aber was daran antisemitisch sein soll, wenn ich behaupte, eine kleine Gruppe von Leuten steuert die Welt im Geheimen, das ist offensichtlich nicht so richtig verstanden. Antisemitismus. Warum ist das ein Problem im Deutschrap? Für Colcher von der Antilopen-Gang ist die Sache klar. All diese Probleme, die du in der Gesamtgesellschaft findest, die findest du auch im Hip-Hop. Das ist ja eigentlich ganz simpel. Hip-Hop ist ja nicht in so einem luftleeren Raum außerhalb der Gesellschaft so. In einer antisemitischen Gesellschaft wirst du halt auch antisemitische Rapper finden. Und das gilt auch für eine sexistische Gesellschaft und sexistische Rapper und so weiter und so fort. Und so weiter und so weiter und so weiter. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!